Musik 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 Ich ist jetzt überall Wasser wie der letzte Vollspaß Ich auch Hier ist gerade, es gibt so irgendwo so ein Riesen-Truck mit Rewe drauf, der ist jetzt voll mit Lava und Wasser Scheiße, weil mir lag zu hart, ich kann nicht mal den Kopf aufmachen Ich bin jetzt bei dir, aber bei mir lag die Welt noch nicht Weißt du, lag Ich bin jetzt da, aber ich seh dich nicht Hier auf den kompletten Bergen Nein Oh nein Mann Geh wieder Oh nein Die lassen den Server erstmal beruhigen Achso, die wollen jetzt gleich wieder geben Alter, du musst dir jetzt geben, die lassen den Server jetzt beruhigen Was jetzt kommt, fließen die ganzen Sachen gleich Hä, ich kann ab und zu immer noch fliegen Ja, deswegen geht das aber nix Tippe dich immer jetzt zu mir, kannst du dich zu mir tippen Ähh, vielleicht tippe vielleicht schnell, dauert jetzt kurz Jetzt bleiben alle rein Ey, wenn das Wasser wieder fließt, irgendwie der Server ist so am Arsch Ich falle grad in die, weil ich seh tausend Partikel, aber ich seh nicht wo ich bin Ja, jetzt, bist du da? Ja, ich seh nicht, ich seh nix Ähh, wo bist du? Bei mir ist alles schwarz Was? Ich seh nur den Mond Nein, nein, du bist bei mir, du bist bei mir, siehst du mich? Ja, da oben, du fliegst bei mir Du lagst bei mir Die, die CPS sind bei zwölf Ich war Modus Hä? Server Crash Ja, klar, ja Safe Save Server Crash Und Modus vom Server gekickt Server Closed Ja, Server Crash Ich glaub das war wegen dem Wasser Ja, Junge, ich hab auf die kompletten Berge nach oben Wasser gesehen Ich auch, ich hab mir schon tausend Videos und sowas anguckt Und nun hier ist ein Zuhause so schnell gecrashed Ich würde sagen, wie wir das geschafft haben Wir haben ernstlich wieder online Was ist online? Wir haben die Map resettet Och mann Ich geb dir wieder Och Komm, bitte gebt euch bei uns nochmal Game Mode, Alter Bitte Ja, schreib nur das mal, du hier als YouTuber Du bist natürlich bevorzugt Aber pass auf, dass da nicht auf einmal 32 Leute weggebannt werden 32 Leute in einer Runde gemacht Och, ich hatte hier so schön Wasser geplaced Och mann Wenn ihr jetzt wieder geh, müsst ihr Server wieder rappen Nochmal Sprengung Die letzte für diesen Geburtstag Okay, okay Wird nochmal gemacht Wasser placen Wasser placen Und geht hier Von Sonst irgendeine Scheiße mit gern machen, ne Ja, glaub ich nicht Komm Spawn Nein, komm zu mir TP dich zu mir Nein TP, wo der ist still und so lange noch keiner Grief Modus hat er Auf die, auf die kompletten Berge hatte ich Wasser gesetzt Ja, das machen wir jetzt wieder, okay Okay Und ich setz in die andere Richtung Oder ne, ich setz bei dir Mötze nur woanders hin Okay, okay Grief Modus aktiviert Hol dir Wasser? Spaß Jo, was machst du denn? Er rasiert richtig Wie ich auf Butter bleibe Oh, das wird ein, das wird ein Springbrunnen hier Ich bleibe gerade mit 14 TPS in meinem Wasser Es fängt schon abzulecken Joooo Jo, wahrscheinlich Hahahaha 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 Es leckt jetzt schon so hart Hahahaha Die TPS sind auf 18 Die müssen noch weiter runter, das ist noch viel zu hoch Das Wasser fließt noch Ich place gerade noch Ich place gerade noch Ich auch Weil ich auf meinem Wasser Lava setze Ja, ich kann Ich kann ja da kein Weil das Das Wasser fließt ja schneller ab Als, äh Lava Ja, stimmt Ich bin auf irgendeiner Ich muss einfach an höher gelegene Punkte Lava setzen Als dein Wasser ist Ich bin auf irgendeiner komischen Weltkugel Was ist das? Hier drin ist ein Winter Wunderland Egal Wird mit Wasser überschwemmt Hahahaha 16 TPS nur noch Hahahaha Das Wasser lädt nicht mal mehr Hahahaha Das Wasser lädt nicht, ne Oh, okay Hahahaha Ich glaub, der Server diesmal ist vorbei Ich glaub Das war's schon Das sieht doch kritisch aus Lass mal zu irgendeinem Spielmodus, wo keiner hingeht, weil der richtig unbekannt ist, ne Lass die Hall of Fame zerficken Hab ich schon angefangen gehabt Oh mein Gott Ist alles voll mit Lava Da muss doch noch ein bisschen Wasser hin, oder? Pfff Junge Oh, ich kann mir nicht mal Wasser nehmen Hahahaha Das Wasser sieht ja gerade so aus Oh mein Gott, das lädt so brutal Geh zu Montagsbildern und zerfick da noch ein bisschen Mann, ich kann mir nicht mal Wasser nehmen, wenn's wegbuckt Junge, ich mach grad diese ganzen Berge bei Montagsbildern Du kennst halt diesen riesen Berg da, ne? Jaja Ich mach die grad voll mit Wasser Hahahaha Wow Und ich fände mit 12 CPS Wasser Oh, ich kann mir kein Wasser nehmen jetzt, ohne Witz Hahahaha Mein Gott, die werden so gebaut Kennst du, wenn du, wenn du auf K stehst, wirst du doch zu so nem Ding TP'n Achso, ja Ich hab da überall Wasser rüber geplast Wie hast du's da hingekriegt? Grand TP relation Pfff, du kommst hier nicht hin, Alter Ich bin bei dir Slack noch nicht genug, ich komm mich noch zu dir TP'n Oh, Slack zu hot Mein Wasser bugt weg, Alter Ja Ich dropp dir was, komm her Ja, alles gut, das bugt wieder, weil keine Ahnung, ob mein Info geklebt wird oder so Äh, warte, warte, warte Was ist denn noch brutal? Ich bau ne Klocke Witzende, du kannst ne riesige Klocke bauen, das stimmt Ich bau jetzt ne Klocke, die den Zauber zum Abschmier bringt Woll Ach du Heiliger Der Zauber leckt so, das Wasser fliegt nicht mehr weiter Das Wasser fliegt echt nicht mehr Also ich bin der Zauber leckt oder die Klocke leert nicht Ne, ne, der Zauber leckt übel Oh Gott, ich glaub, ich spring mit der Klocke Oh mein Gott, ich glaub, die Klocke hat sie jetzt rumgerissen Ich mach die weg, Junge, bevor ich dafür gebannt werde Ich glaub, wir übertreiben Ach das ist wirklich scheiße Obwohl, dafür könnt ihr uns ja eigentlich nicht bannen, weil sie erlauben uns ja zu griffen Junge, ich hab, hier ist überall Wasser Die PS ist bei 13 Ich bin noch nicht niedrig genug Alter, wenn wir es noch kriegen, die unter 10 stürzt das Server safe ab Jo, bei Bedros das Wasser fließt nicht mal Es fließt nicht mal Ich hab irgendeinen Raum gefunden, wo ich jetzt Wasser reinmache Ich hab Leute, so, kennst du diese automatischen Flugzeuge, die sich so automatisch, die automatisch fliegen? Ja Was hat hier jemand gebaut? Das bringt es halt zum Lägen auch Das läuft, und das bringt hier gerade um die Lobby Ich baue mich hier gerade einfach durch jedes Haus durch und place Wasser Ich hab über so eine gerade Leinwasser geplacet Das macht hier ein T- Da kann man nochmal Lava rüber placen Weil wir eine TC-Kanone bauen? Nein, okay Oh Mann, das hat so ein Spaß gemacht In meinen Augen fangen Leute an A zu schreien Alter, das sind jetzt 16 Minuten auf Rekord, die Spaß machen Oh, geil Ja, ich, wir haben halt überall Wasser geplacet Naja, tschüss Leute